Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Für euch, für alle aus Wir leben dich, wird impftig. Das eine neue Kampagne von Schalke 04 und wir gehen mal gemeinsam durch, was unser Club genau dazu geschrieben hat. In der aktuellen dynamischen Pandemie-Lage ist das Impfen der beste Weg, sich und damit auch seine Mitmenschen vor einer schweren Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Die Impfungen helfen uns außerdem, den Weg zurück zur Normalität zu finden, auch in den Fußballstadien. Deshalb unterstützt der FC Schalke 04 den Impfaufruf der Bundesregierung und großer deutscher Unternehmen und erinnert vorübergehend sein Wir leben dich Claim. Ab sofort heißt es auf Schalke Impf dich. Viele weitere Marken, Firmen und Unternehmen stellen bei dieser Initiative ihre Slogans und Claims für einen guten Zweck zur Verfügung, indem diese dann in abgewandert und zugespitzt erformen den Begriff Impfen aufgreifen. Der FC Schalke 04 vertritt seit Tag 1 öffentlich die Erhaltung, dass sich jeder, der kann, gegen Covid-19 impfen lassen sollte. Mittlerweile ist genügend Impfstoff verfügbar, um so viele Menschen wie möglich zu immunisieren. Nur mit einer deutlich höheren Impfquote als die aktuelle NRW und Deutschland gegeben ist, ist die dauerhafte Rückkehr in die Normalität realistisch. Die aktuellen Beschlüsse der Bonnetter-Konferenz sowie die daraus resultierenden neue Corona-Schutzordnung für NRW machen dies erneut deutlich. In den kommenden Wochen können Fußballspiele des FC Schalke 04 in der Finanzarena nur vor maximal 15.000 Zuschauern ausgetragen werden. Über allem steht aber nur mal einmal der Schutz der Gesundheit aller. Großeltern, Eltern, Kinder, Geschwister, Freunde und Bekannte. Der S04 appelliert deshalb wieder und wieder an alle. Lass euch bitte impfen für euch, für alle. So also Schalkes offizielles Statement zu dem Thema mal wieder, um es noch einmal zu unterstreichen. Und deswegen eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.